Wir fangen riesige Bachforellen in einem wilden schwedischen Fluss. Doch vorerst bekommt unser Van eine neue Folierung, mit der es direkt ins schwedische Outback geht. Nach einem langen Marsch durch den Wald erreichen wir endlich den schnell fließenden Salmonidenfluss mit kristallklarem Wasser inmitten unberührter Natur. Wir fischen mit kleineren Gummifischen eine Flussstrecke konzentriert ab. Den Ködern verpassen wir mit leichten Schlägen in der Route einen natürlichen Lauf beim Einleiern. Lange dauert es nicht, bis die ersten Bachforellen zuschlagen und einen spannenden Drill am leichten Geschirr liefern. Zur Belohnung geht es für die kleineren Exemplare auch direkt wieder zurück ins kühle Nass und wir arbeiten uns gezielt zu den großen Bachforellen vor. Eine unglaubliche Angelei mit absolut natürlichen Bachforellen geht zu Ende und wir freuen uns schon auf die Forellenfilets. Am Nachmittag verhagelt uns ordentlich Wind die Raubfisch-Session. Für uns geht es jetzt aber Richtung Lapland. Folge um das Abenteuer nicht zu verpassen.